Der Dagobert Trump, einwandfrei, ne? Witt wie der? Men, frauenfeindlich und dass er die Wahrheit und die Weisheit nicht mit dem Löffel erfunden hat, klar. Aber da ist er nicht der Erste, ne? Da kenn ich noch ein paar, ne? Aber was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, warum setzt der diese Perücke falsch rum auf? Wisch, dass dem mal einer ding, zack, fertig, dann passt das. Die sieht aus wie von der Landstraße, so ein zusammengefahrener Fuchs mit dem Tag auf dem Baumarkt so zusammenge... Wenn das mit der Frau und dem Ganzen nicht stimmt, das kann ja sein, aber... Das muss ihm halt mal einer sagen, ne? ... ... ...